Ich grinse gerade von einem aus dem anderen. Ich freue mich, sie wiederzusehen. Ich bin so froh. Ich weine doch schon. Ja, aber wir haben den echten Täter da. Ich weiß gar nicht, wieso. Ja, sehr ärgerlich. Die Jogik-Täter verstehe ich nicht, weil sie sind immer so, ja, das ist der wahre Täter, weil wir es so sagen. Und sie sind so, äh, ja, like, woher willst du wissen, dass er nichts damit zu tun hatte? Ja, Mann. Rede. Ah. Aber du hast gewusst, wie du Bomben baust. Du hast Bomben gebaut. Ist dir da überhaupt nicht irgendwie in den Sinn gekommen, mal nachzufragen? Ich bin enttäuscht. Tö. 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 Wir überlassen euch eurem Schicksal. Interpretier nicht schon wieder zu viele Dinge hinein. Dann, wir haben uns die Registanz dazu, und wir werden uns auf die Registanz zu vermitteln. Okay, wir sind alle weg. Mann, jetzt hör auf, immer. Mittlerweile ist das doch bitte. Ja, aber so läuft das nun mal. Also, der Typ hat ja wohl wirklich es nicht verdient, dass er eine Träne hinterher bekommt. Ich habe Blut an meinen Händen. Seht ihr die an? Nein, Mann, ernsthaft? Was auch immer es ist. Na, du bist ein echter Schatz. Ganz ehrlich. Mach dich nicht immer selber so fertig. Von... Was? Ja. Nein, nein, also vielleicht hat es nichts damit zu tun, ein Detektiv zu sein, aber nicht jeder Mensch würde sowas tun, glaub mir. Ich will nicht sagen, dass ich noch einmal gesagt habe, aber ich sage nur noch einmal. Wenn jemand von Yuma zu verabschiedet hat, dann muss ich mich richtig sagen. Ich liebe dich. Yuma ist auch schon ein Verständnis. Ich weiß nicht, wovon du redest. Genial. Das ist kein Kompliment gewesen. Ich meine, es war schwer zu übersehen. Hast du mich auf der Tafel gesehen? Ich war berühmt im Fernsehen. Ja, Mann. Wo wart ihr? Was ist passiert? Wart ihr verletzt? Was? Echt? Hast du das? Hä? Du meinst das Dach dort? Nein. Nein. Ja, wirklich, Mann. Ja. Ich habe gedacht, ihr seid schwer verletzt. Ja. Sie sind schuld. Ich wurde entführt. Ich wurde in einen Wagen geschmissen. Und bin auf einem schmutzigen Sofa aufgewacht. Ach, dir. Bitte. Ich habe gesagt, ich habe ein paar Mal gesagt, oder? Ja. Ich habe mich nur noch daran erinnern. Nein. Ich habe mich nur noch daran erinnern. Ich glaube, es ist so. Gut. Alle so schüttelnden Kopf, heben die Hände. Naja. Immerhin sind wir alle wieder zusammen. Und es geht allen gut. Und das ist das Wichtigste. Ich bin sehr, sehr froh darüber. Ich bin sehr, sehr froh darüber. Kannst du eine Fledermaus werden, oder was? Ne, Koro? Hm. Ja. Vielleicht kann er seine Seele in die von Tieren oder sowas reinhauen. Und dann kann er alles, keine Ahnung, anschauen. Es ist eigentlich kalt, weil du hast irgendwie nur... Du hast ein sehr komisches, ich sag mal, Hemd an. Das sind ja nur Streifen, die zusammenge... Äh, ich habe keine Ahnung. Wie würdest du sowas überhaupt anziehen? Das geht doch gar nicht. Nö. Aber ich war etwas abgelenkt von seinem Brustbereich. Vor allem, der chillt da im Regen. Möchtest du nicht rauskommen? Achso, der möchte wahrscheinlich nicht stehen, ne? Hm? Das? Okay. Hm? Oh! Ah! Wie haben sie sich an uns herangeschlichen? Wie sind die ganze Zeit hier gestanden? Ich dachte, wir wären hier fertig. Oh mein Gott, nein. Stay the fuck away from me, Würfelfreak. You got the fuck away. Oh, Herr no. Der Typ rechts, der friedensüchtig. Hahaha. Wer? Ich bin kein Terrorist. Wovon redest du überhaupt? Du musst ja nicht immer so wütend werden. Ich bin ja nur froh, dass er uns nicht schlägt. Na, na. Ja, wirklich. Hey! Ich bin kein Terrorist und das wurde bewiesen. Ja, aber ich hab gedacht, das sind Kameras. Wie würde das eigentlich im realen Leben ablaufen, wenn sowas, also vielleicht nicht gerade sowas, aber es gibt ja solche Fälle, wo jemand keine Ahnung hat und nur benutzt wird und eine Waffe reinbringt zum Beispiel. Bekommst du dann dafür Ärger? Würdest du dann dafür ins Gefängnis gehen oder sowas? Weil du hast ja nicht gewusst, dass das passiert. Ähm, vielleicht kann es der Makoto helfen? Der Maskenmann? Glaub ich, wie das im echten Leben immer abläuft. Weil Unwissenheit schützt ja bekanntlich vor Strafe nicht. Deswegen. Wenn du dich nicht umgekehrt hast, dann kannst du dich nicht umgehen. Huiuiuiuiuiui. Unwissenheit ist das Ende. Das ist so gefährlich. Dann. Wie geht's? Wir werden alle verabreden. Vielleicht können wir ihn ablenken. Tanzt alle! Tanzt! Keine Ahnung. Festnehmen lassen. Die Friedenswächter bekämpfen. Nein! Gewalt! Ich geb mich doch nicht einfach so. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, das ist ja. Hier ist Nato-Nehkyu. Ich weiss nicht. Ich lasse mich doch nicht festnehmen von irgendwelchen Lappen. Ich meine, ich bin zu Tode erschrocken. Der Typ macht Würfel aus Menschen, aber... Schrei mich bitte nicht an, okay? Ich hatte zwei Auswahlmöglichkeiten und will nicht... Okay. Hey, warum nehmen alle immer an, dass wir zusammen sind? Ich meine, ich schippe es, aber stopp! Ich glaube, er hat selber sehr großen Verlust durchgemacht. Weißt du, was lustig wäre? Mit ihm ein Geheimnis-Labyrinth zu machen. Habe ich mir auch schon die ganze Zeit gedacht. Würde ich gerne. Hätte ich gerne, aber... Ich weiß nicht, ob das passiert, weil ich nicht weiß, wie viele Labyrinthe noch kommen und so. Ich würde gerne sagen, äh, Bullshit, aber foltern, ähm, das lässt sich alles zugeben. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Danke, Shinigami. Oh! Oh! Oh, mein Gott. Oh nein! und da oben ist er ich habe den namen vergessen von bären monotaro wie heißen der bär noch mal der luftballon der da war den bärenballon ich habe voll vergessen wie der heißt deinen namen habe ich mir gemerkt weil du wieder hauptcharakter ist aber wie heißt normal der bär aus den romper das fällt mir jetzt überhaupt nicht ein scheiße ich bin eine schande der danganronpa fans das mit der name nicht einfällt denn was wollen sie es ist der ceo ja er hat mich aus dem fluss gefischt es hat sich einfach so ergeben naja weißt du wie das so ist du stirbst fast oder triffst du menschen wir haben nicht wirklich die zeit dafür mr ceo we don't care i mean i do care also es ist mir nicht egal aber ich würde es gern wissen aber nicht jetzt gerade ach du scheiße warte bist du der joker du erzählst gerade eine andere geschichte oder er hat uns doch was von dämonenblut erzählt oder bin ich jetzt komplett gaga also deswegen trägt er den anzug ich habe mir also weil der joker hat ja auch immer so diesen hübschen lilafarbenen an zumindest in den cartoons als komischer man wollen sie wissen woher ich diese narben habe wollen sie wissen woher ich diese maske habe das war ein tiefer einatmer bitte jetzt verpiss dich man ich glaube du brauchst vitamin d pillen junger du siehst sehr blass aus schon nicht gut aus bestimmt zu wenig davon ähm ok ja wirklich wow die leute sind alle verschwunden oh wow der ceo hat uns gerettet aber der ceo hilft uns gewachsen nicht aber die musik wir gehen gerade am fernseher vorbei alles klar ich finde es geil wie die leute hinter uns so extra langsam animierte schritt amit ich finde es ist da die 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 Es ist nicht so weit, was ich? Was ist das? Monokuma ist der Bär, ist mir gerade eingefallen und ich habe vergessen das Mikrofon wieder anzuschalten. Scheiße, ich habe vorhin gesagt so, es sind ganz schön viele Bushaltestellen, die wir da in einer Reihe haben auf der Straße. Faszinierend. Und da ist die Wand wieder. Ein Gebet. Ähm. Ähm. Hat uns vielleicht ein neues U-Boot zur Verfügung gestellt. Ja. Oh. Also ich schalte mein Mikrofon immer aus, weil bei mir immer die Uhr läutet und dann mache ich die aus, weil, keine Ahnung, ich fühle mich besser. Ja. Ähm. Ja. Ähm. Ja. 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 Nehm. Und da ist die Schmähke im Allmantik und ich bin jetzt sicher, dass ich nichtığım Content wusste. Ich weiß nicht. Mein Kamin Du bist doch so oder so, sterben, Schatz Wow, es schaut wirklich wieder aus wie zuvor 1 zu 1 Wie ist das überhaupt möglich? Das geht doch nicht einmal Ähm Ich meine sogar die Blätter hinten sind wieder dran Und es hängt schief wie vorher Und die Bücher, ich meine Wie kann jemand das so punktgenau Ach egal Ist ja nur ein Videospiel Mit Liebe Ich bin ja auch ein Ich bin ja auch ein Das ist ein Wichtig Ich bin ja auch ein Wichtig 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 Ich? Ich? Na ja, ähm... Ich? 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 Warum? Warum? Was machst du hier? Es ist gut, was du hier machst. Es ist ein bisschen zu uns. Es ist ein bisschen zu sein. Ja, Yuma? Äh... Ich schlepp einfach meine Freundin hier rein, würde er sagen. Oh Gott. Wie frisch Vermehlte. Danke, Bruder. Danke, Bruder. Wir wissen doch nicht mal, wie alt ich bin. Hä? Hä? Kann er uns sehen? Hä? Was, äh... Kann der uns sehen? Shinigami, kann der dich sehen? Äh... So... Vivi, du bist ganz schön geheimnisvoll. Äh... Äh... Wie könnte er Shinigami sehen? Wie könnte er Shinigami sehen? Das frage ich mich doch. Ich meine, die Shinigami hat vorher auch gesagt... Irgendwas, hm, ne? Und dann hat sie gesagt, nein, nein, vergiss es. Was? Äh... 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 Geben wir es ganz offen und ehrlich zu. Du hättest es auch vergessen, wenn dieses Abenteuer nicht gewesen wäre. Äh... 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 Ich weiß nicht, was ich für dich wäre, aber... Aber wir müssen uns mal sagen, mein Mann! Mein Mann? Hat er gesagt, mein Mann? Äh... Äh... Oder ist das japanisch? Mein Mann? Das hört sich nur so an. Ich kann mir das nicht anschauen! Kann ich mit Ihnen? Ja, ich kann mit Ihnen reden, Chefe. Hm... Äh... Äh... Ja, aber ich freue mich so, Sie zu sehen! Okay... Äh... Äh... Was ist das für ein Problem? Was ist das für ein Problem? Was ist das für ein Problem, Yuma-kun? Eine gute Frage! Geld! Es geht grundsätzlich immer ums Geld. Immer und überall. Kann ich hier rein? Ich habe mich und Kizuma gemacht. Aber... Ich habe mich sehr gut gemacht. Haben die das aus den Trümmern wieder zusammengesetzt? Das geht ja überhaupt nicht. Egal! Abschlafen. Ich werde niemanden töten. Gut. Der sagt nichts Neues. Hier drüben wahrscheinlich auch nicht. Ja. Ja, okay. Na gut, dann reden wir mit Vivi. Was hast du uns denn zu erzählen, Schatz? Was? Ah... Vor 10 Jahren ist was passiert und dann haben sie die Einrichtung gemacht oder... Vor 10 Jahren ist was passiert und dann haben sie die Einrichtung gemacht oder... und jetzt vor kurzem haben sie es gibt es noch im ok gut irgendein verlassenes labor ist also irgendwo im kanai bezirks kann ich das ist ja wie in resident evil aber wo sollst du da überhaupt anfangen ja du hättest wenigstens irgendwelche orte zum aufsuchen wahrscheinlich als informantin du hast ja wie du informationen bekommst hey ich mache überhaupt keine schwierigkeiten ok Oh mein Gott! Was? Bitte tu dir nicht selber weh oder jemand anderem. Was? Will er das Buch zerstören? Oh Gott. Bösewicht, du bist mir doch mein Liebster. Boah! Okay. Ah, nein! Äh, immer dieses S, ha? Es ist ja zum Verzweifeln. Teils, beim Schluss habe ich verkackt das eine Mal, was mir auf jeden Fall was abgezogen hat. Und dann diese zwei Male, ja beim Gott, einmal verkackt. Und das Todesspiel, da war ich ziemlich schlecht bei dem zweiten offenbar. Ja, ich gebe es ja zu. Aber es ist ziemlich schwer ein SS zu bekommen, wenn du nur einmal irgendwo verkackst, habe ich das Gefühl. Sobald du einmal irgendwo S hast, kriegst du kein SS mehr. Ich meine A und... Es ist ein einziges A und ein einziges S. Naja... ... ...